herzlich willkommen youtube zu einem neuen video von mir erst einmal möchte ich mich bei euch entschuldigen dass dieses video erst heute kommt ja warum das so ist ich war die woche über krank gewesen konnte leider vorher dieses video nicht raus bringen wenn man krank ist kann man schlecht bei der kamera sprechen war erkältet gewesen das hört man mir noch der noch an viele haben sich gewundert was aus dem gewinnspiel geworden ist und ob das ein fake ist oder kein fake ist nein das ist kein fake wie gesagt ich habe das bloß vorher nicht geschafft da möchte ich mich noch mal bei jedem bedanken der sich am gewinnspiel mit teilgenommen hat und leider konnte jeder teilnehmer nicht das gleiche produkt gewinnen ich musste natürlich raus suchen wer das mikrofon gewonnen hat wer das service gewonnen hat für jeden der mitgemacht hat und der leider das nicht gewonnen hat sei bitte nicht böse oder sei nicht traurig ich habe für diesen monat ein weiteres gewinnspiel vorbereitet da könnt ihr wieder zwei drei coole sachen von mir gewinnen also bleibt definitiv dran es kommt diese woche oder ja irgendwann die kommende woche jetzt ein video darüber was ihr gewinnen könnt und dann wollen wir auch schon gleich beginnen wer die glücklichen gewinner sind die glücklichen gewinner des tona kondensatormikrofons ist 3z herzlichen glückwunsch du bist der glückliche gewinner des kondensatormikrofons ich hoffe du kannst damit was anfangen oder ich denke mal schon weil das war glaub ich dann wunsch gewesen dass du damit was anfangen kannst dass du auch gerne irgendwie let's play videos machst und das mikrofon gut gebrauchen kannst also viel spaß damit melde dich auf jeden fall bei mir bei youtube wie war das mal gewesen mit den pn nachrichten glaube ich also private nachrichten schreibe mir eine nachricht und ich werde definitiv dir zurück antworten und dann werden wir das weiterhin besprechen wie ich dir das zuschicke kommen wir zum nächsten produkt oder den gewinner des logitech soundsystems ist jamie fox ja auch für dich jamie fox gilt herzlichen glückwunsch du bist einer der glücklichen gewinner des soundsystems von logitech und melde dich genauso bei mir unter die pn nachricht von youtube und alles andere besprechen wir dann weiter ja ich hoffe euch hat das gewinnspiel gefallen falls ja dann wie gesagt gibt mir doch immer einen fetten daumen nach oben und wie gesagt nächste woche oder anfang der woche kommt ein neues gewinnspiel von mir raus wo ihr zwei drei coole sachen wieder gewinnen könnt und ja falls ihr noch kein abonnent meines kanals seid dann abonniert meinen kanal jetzt abonniert mich auch natürlich bei facebook und bei instagram und snapchat ich werde auch demnächst ein video machen wo es dann heißt fragt den black murat also wenn ihr fragen habt über mich über irgendwas wissen wollt dann schreibt es hier in die kommentare rein ich würde darüber ein video machen und ja dann würde ich sagen wir sehen uns das nächste mal wieder auf wiedersehen bis dann ciao und